Guten Morgen und willkommen bei Teil 2 dieses Farbmittel-Mischkurses. In diesem Video geht es darum, ein rein buntes Farbmittel aufzuhellen und abzudunkeln, ohne dass wir dabei den Farbton verändern. Interessiert? Dann dranbleiben. Ich habe mir ein Farbmittel in einem bestimmten Farbton ausgesucht. Diesen Farbton möchte ich heute gerne einerseits aufhellen und andererseits abdunkeln. Dazu muss ich mein rein buntes Farbmittel mit anderen Farbmitteln mischen. Um eine Farbe aufzuhellen, muss ich zum jeweiligen Farbmittel ein helleres Farbmittel hinzugeben. Ich kann zum Beispiel gelbes Farbmittel beimischen. Um das Ganze abzudunkeln, muss ich jeweils dunklere Farbmittel zumischen. Hier zum Beispiel ein Violett. Allerdings hat sich nun nicht nur die Helligkeit, sondern auch der Farbton geändert. Damit der Farbton beim Mischen der Farbmittel der gleiche bleibt, muss ich mein rein buntes Farbmittel mit unbunten Farben mischen. Und damit ich meinem Farbton möglichst nicht seine Sättigung nehme, muss ich mein rein buntes Farbmittel mit weißem Farbmittel aufhellen oder mit schwarzem Farbmittel abdunkeln. Ich benötige also mein rein buntes Farbmittel sowie weißes und schwarzes Farbmittel. Kümmern wir uns erst einmal um das Aufhellen. Ich habe hier mein rein buntes Farbpigment, das ich aufhellen möchte. Eine Möglichkeit ist es, dem rein bunten Farbmittel nun Stück für Stück immer mehr weißes Farbmittel zuzugeben. Natürlich könnte ich das auch andersherum machen und dem weißen Farbmittel immer mehr von meinem rein bunten Farbmittel zugeben. Solltet ihr mit einer weiteren Person zusammenarbeiten können, dann arbeitet doch auf diesen entgegengesetzten Arbeitswegen und beobachtet dabei, ob es Auffälligkeiten oder gar wichtige Unterschiede gibt. Wie ihr seht, gebe ich meinem Kumpel hier Stück für Stück mehr von dem weißen Farbmittel zu. Wenn es um die feinen Helligkeitsnuancen hin zu weiß geht, dann versucht doch mal, hier besonders kleinteilig zu arbeiten. Wie ihr hier sehen könnt, nehme ich stets ein wenig bereits sehr aufgehelltes Farbmittel und vermische dies mit weißem Farbmittel. Bereits kleinste Mengen des roten Farbmittels genügen schon, um das Weiße wieder und wieder einzufärben. Irgendwann ist aber dann auch mal gut. Wenn eure Farbmittelpasten angemischt und jeweils gut durchgemischt sind, dann könnt ihr ans Übertragen auf euren Malgrund gehen. Bitte dazu keine festen Felder vorzeichnen und akribisch ausmalen. Streicht eure Paste glatt und gleichmäßig auf eurem Malgrund aus, schätzt dabei ungefähr eine Größe von 6 x 6 cm ab. Das passt völlig. Alles, was ihr nun noch tun müsst, ist, die einzelnen angemischten Farbmittelhäufchen möglichst sauber und gleichmäßig auf euren Malgrund aufzutragen. Im Anschluss lasst ihr das Ganze trocknen. Zum Abdunkeln spielen wir das gleiche Spielchen, nur statt mit weißem, mit schwarzem Farbmittel. Hier eine Warnung vorneweg. Was schwarzes Farbmittel angeht, so seid mit diesem immer ganz behutsam und vorsichtig. Schon eine kleine Menge schwarzes Farbmittel genügt und euer ursprüngliches Farbmittel ist ordentlich abgedunkelt. Versucht also vor allem bei den noch helleren Farbnuancen differenziert und kleinschrittig zu arbeiten. Falls ihr die Unterschiede eurer angemischten Farbmittel auf eurer Palette nicht gut erkennen könnt, dann könnt ihr eure Farbmittelpasten natürlich auch gleich auf euren Malgrund auftragen. Wenn ihr feststellt, dass ihr zu schnell zu dunkel geworden seid, dann könnt ihr außerdem versuchen, noch ein paar Zwischentöne herzustellen. Allerdings solltet ihr ein zu großes Durcheinander beim Arbeiten wirklich vermeiden, weil ihr sonst schnell den Überblick verliert. Irgendwann sind dann auch eure abgedunkelten Farbtonfelder fertig und ihr könnt auch diese trocknen lassen. Den nächsten Schritt, das Herstellen der Farbkarten, kennt ihr bereits aus dem vorherigen Video. Nicht? Unbedingt anschauen. Äußerst hochwertig. Nachdem ihr all eure Farbfelder in Farbkarten umgewandelt habt, kann es mit der genaueren Betrachtung losgehen. Für die Betrachtung benötigt ihr einen neutral weißen Untergrund, mindestens mal die Na3 groß. Bestenfalls legt ihr nun eure Farbkarten, die ihr vorher markiert habt, mit denen von ArbeitspartnerInnen zusammen. Je größer die Auswahl, umso spannender, aber auch desto komplexer werden die Übungen. In der Videobeschreibung findet ihr ein Arbeitsblatt mit einer genauen Anleitung zum Betrachten und zum Ordnen eurer Farbkarten. Zentral für uns ist hier folgende Übung. Eine gleichabständige neunteilige Hell-Dunkel-Achse. Wir legen dazu erst einmal unsere weiße Farbkarte und die Farbkarte mit unserem rein bunten Farbton auf das Papier. Für die erste Hälfte dieser Übung braucht ihr erst einmal nur eure Farbkarten mit den aufgehellten Farbtönen. Aus diesen suchen wir die Farbkarte mit dem von unserer Empfindung her mittleren Helligkeitston zwischen weiß und dem rein bunten Farbton. Ihr solltet die Beurteilung eurer Farbkarten unbedingt mit ArbeitspartnerInnen zusammen erproben und über eure Farbwahrnehmungen rege diskutieren. Eure Gespräche und die Beobachtung, die ihr bei der Beurteilung macht, sind der zentrale Teil dieser Aufgabe. Wie auch bei der Grauachse geht es in dieser Übung um das genaue Hinschauen, Betrachten und Wahrnehmen. Wenn ihr den visuell mittleren Helligkeitston finden konntet, dann sucht anschließend zwischen dem mittleren Ton und dem weiß bzw. dem mittleren Ton und der rein bunten Farbkarte erneut jeweils die visuelle Mitte. Sobald ihr eure gleichabständige Reihe von rein bunt zu weiß gefunden habt, kann es weitergehen. Nehmt nun die Farbkarten mit den abgedunkelten Farbtönen mit hinzu. Wir suchen nun die Farbkarte mit dem von unserer Empfindung her mittleren Helligkeitston zwischen Schwarz und eurem rein bunten Farbton. Wenn ihr euch auch hier auf den visuell mittleren Helligkeitston einigen konntet, dann sucht anschließend zwischen dem mittleren Ton und dem Schwarz bzw. dem mittleren Ton und der rein bunten Farbkarte erneut jeweils die visuelle Mitte. Nach einigem diskutieren solltet ihr nun eure zumindest einigermaßen gleichabständige neunteilige Helldunkelachse haben. Falls ihr diese zum Abschluss aufkleben möchtet, dann tut dies am besten mit einem reversiblen, also wieder ablösbaren Montageklebstoff wie diesem hier. Falls ihr die dritte Übung dieses Mischkurses auch machen möchtet, dann benötigt ihr eure Farbkarten nämlich noch einmal in beweglicher Form. Wie sieht's aus? Habt ihr schon einen Farbkarten-Overload? Oder habt ihr beim Mischen oder beim Sortieren Beobachtungen gemacht, die euch weitergebracht haben? So oder so, ihr solltet unbedingt noch die letzte der drei Übungen durchziehen und euch mit der Farbton-Ebene auseinandersetzen. Und nicht vergessen, Like, Abo, Glöckchen und dranbleiben. Bis bald! Musik 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 Musik